um glaube ich muss durch das Wüstungsschachter die jetzt durch das Wüstungsschacht ja am Job Lampen so weiß schon wieder mit meinem Springer Stiefel hier lang Daxeln Boa schön hoch zum Alienalter ich bin so gut wie Toto ich höre es ich höre es lalala und die Scheiß Kamerabewegung ist doch richtig bescheuert dazu Hallo ich geh mal erstmal hier rein erstmal geh ich hier rein leck mich ihr Schweine das Alien ist nicht in der Nähe das ist gut habe ich jetzt hier erstmal ein bisschen Ruhe vor dem Alien oder um ihn noch kurz rein so ich bin hier da muss ich hin das heißt geradeaus muss ich nicht aber wieso das Ding zeigt mich muss geradeaus ich muss ja gar nicht geradeaus das ist eine komische Station hier Alter ganz ehrlich war auch immer was Trupp vor zusammengepasst hat das hat doch keine Ahnung gehabt Taschenlampenbatterien oh yeah das Gesicht die Schweine so für mich ist das Spiel vorbei ich habe alles erreicht was ich erreichen wollte fuck ich höre es schon wieder du kriegst jetzt schon wieder da oben rum vor allem warum hat er den Typen jetzt da liegen lassen einfache Beute geht doch gar nicht irgendwo ein Lüftungsschacht aus dem er raus kann Hauptsache das Arsch hat einfach mal Ethanol dabei hier siehts auch gemütlich aus das macht mir Angst ich will hier von einem Menschen versorgt werden Taschenlampenbatterien jetzt gehts los jetzt gehts los brave party was haben wir hier ich habe einen Sensor eigentlich ich sollte keinen Krach jetzt machen ich kann es nicht so richtig geil austicken irgendwie da könnte ich ihn gerade nicht reingucken mir war es dunkel da könnte ich ihn gerade nicht reingucken mir war es dunkel ich weiß nicht ob sie irgendwo rauskommt weiß ich auch nicht ich weiß nicht ob sie irgendwo rauskommt weiß ich auch nicht die 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 ich muss noch da aber die 2 und es ist dieser scheiß mit nachfällig das ich reagiert doch empfindlich gegenüber licht das heißt ich müsste eigentlich bei Taybron mit der Taschenland blenden dann müsste ich doch Ruhe haben ich will hier Nicht so viel die Batterien verschwenden Nicht so viel die Batterien Das ist so, als nicht Du kleine Dreckige Sonne Scheiße Ich höre doch eine Sailstation hier Ist das eine Sailstation? Ach Leute, ich brauche mal wieder eine Sailstation Magen Sprengkapseln Immer gut 0, 2 Gut, mal 3 hier Privates Terminal Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hierbei bin Wo ich hierbei war, wo ich hierbei sein muss Auf jeden Fall muss ich da jetzt durch So viel ist jetzt schon mal gewiss Und ja Mir ist das Rauchen untersagt Ich rauche doch so gerne Da Scheiß Kerl Steckst du dich vor mir, ha? Trotzdem gefunden ist Werde ich jetzt mal in einen langen Schmales Ding reinstecken In deinen Schlitz Warte mal was Ja Was auch immer Guck mal, wir gehen mal hier Seppst du dich vor mir Seppst du dich vor mir Privat Kolonial Marshall Richtlinien Dr. Maury Es interessiert mich nicht, was sie meinen Unternehmen Achso, was sie meinen Unternehmen zu müssen Verschwinden sie aus San Cristobal Sofort Sie wissen, was sie da drinnen Aufgebaut haben Und was ist Und es tut mir wirklich leid Was das für die unverlegbaren Patienten Der bedeutet Dort Was ist das für ein scheiß Ja Ja Sie wissen, was wir da drinnen Aufgebaut haben Und es tut mir wirklich leid Was das für die unverlegbaren Patienten Dort bedeutet Aber es geht nicht anders Dies ist Oh fuck Es ist die letzte Verharnung Marshall Waits Molly Neuigkeiten und Codes Molly Sie müssen aus Krankenstation raus Aus der Krankenstation Wir haben Lager im Habitat Turm aufgeschlagen Die Menschen kämpfen Um Vorräte Es kommen mehrere Verletzten zu uns Als dass wir Medikamente haben Sie zu versorgen Und mein Team ist um Alter das scheiß Alien Um es milder auszudrücken Sehr erschöpft Ich weiß nicht, wie sie die Abregung aufheben wollen Aber falls sie Zugang zu San Cristobals Hauptstation brauchen Der Code lautet 2505 Das schreiben wir uns mal auf 255 255 Lüngard Freigeben San Cristobal Verriegelung